So, wir sind jetzt oben hier auf dem Turm. Und beginnen dann eine neue Reise. Die Ausgestoßenen. Fühl dich wie zu Hause, Talion. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit? Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe auch Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog. Hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck. Dem Vergiften von Orks. Folge mir. Als ich das schwarze Tor verließ, wurde ich bald krank. Es war Eren, die mich gesund pflegte. Okay. Okay. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der Teuerste. Es gibt so viele Lagern, die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist hier, Gon. Okay, aber... Mal sehen, ob sie wirklich hier ist. Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Weitläufer. Der Nächsten, den ich sehe, werde ich zureichen. Ich hörte, einige Sklaven hätten wegen der Zustände in einem anderen Lager gegen deren Lagerführer rebelliert. Undankbare kleine Würstchen. So, was war sonst? Und da ist eins. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben. Folge mir. Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen seinen Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du beweist dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. So. So. Okay, ineinander, aufeinander, rauf gehen. So. So, wir haben mal einen Cargon gezähmt, das ist, finde ich schon mal was ganz Gutes. Ja, das Spiel macht bis jetzt sehr, sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, warum ich so ruhig bin heute, ähm, beim Let's Playen, ähm. Aber egal, wir nehmen dich, dann zieh ich mit. Oh, Mann, oh. Okay, jetzt hab ich mal keinen Rufen oder so. Wenn wir die Mords nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie. Äh, keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich hab mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. So. Hier oben. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwinge. Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Hier oben. Hier oben. Hier oben. So. So. Zu den Uruk-Höhlen. Na gehen. Okay. Denk daran Talion, lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. So, voran müssen wir den Turm da noch. Geh' dir noch mal. 3, 4 mal, das ist super. Uruk dachte, ein Krawan würde über ihm schweben. Aber stattdessen war es der Tark, der sich von oben auf ihn stürzte. Er war auf der Stelle tot. Der Hauptmann ist schon wieder fort. Was meint ihr könnten wir alles anstehen? Ein blutiges Gemetzel. Ha, 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 ha. Was ist denn los? Oder seien es klar? Sonst weissen, bevor er wieder da ist. Ah, ha, 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 ha. Wir müssen der Vorred an die Schneiderausschwerke. Ihr wisst ja, was passiert mit der Ölströssflösschwerken. Ugh, ha, ha, ha. Oh, ohne Deck dürfen wir müssen wir das machen Ok Ja... Ich wusste es! Wie wollen wir denn mit leerem Magen kämpfen können? Lass deinen Zorn lieber am Koch aus, der hätte das Essen besser rationieren sollen! Moment... Ich rieche etwas... Ja... Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt! Na! Was? Habt ihr das gehört? Was auch immer es war, es hat wohl Angst vor mir! Zurück an die Arbeit! Ich hätte ihn nicht gut angenommen! Ich hätte ihn schon gespeichert! Ich hätte ihn nicht gut angenommen! Okay, das ist... Dabei hab ich doch so eine Schalte clean! Und dann würde ich dich mal gehalten! Wir bitten mich auch der Zorn übernommen... Ich hätte es nicht gut, wenn ihr dich vorbei habt... Ich hätte uns noch keine Schalte vorgelegt, wie das alles geschmeckt hat! Ja... Hi-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-, Ja, ich habe mich��을parnissen... Ich habe mirモatling und zu einem neuen freundes Leben passiert... Dieser Gestank, unvorstellbar, wie sie das nur trinken können. So, das ist der nächste. So, jetzt gilt es nur noch zu warten. So, das ist der nächste. So, das ist der nächste. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ich wusste, was du lebst. Ich wusste es. Mehr Schlafen wäre voll im Teil. Doch wir finden unseren Frieden. Der Auftrag abgeschlossen, das ist gut so. Na gut. Waffen und Runen. Haben wir eine neue bekommen? Beim Dolch. Okay, wurscht. Das war es mit der Folge. Bis dann, hat rein, macht's gut. Ciao.